Hey, wie findet man eine Wohnung in weniger als eine Minute? Warte mal einen Moment. Wer hat dich überhaupt dafür bezahlt, dass ich das hier sage? Nein? What the fuck, man? Ihr denkt wohl, dass sich jeder Synchronsprecher heutzutage wie eine Prostituierte verhuren lässt? Ach nee, ich vergaß. Prostituierte bekommen wenigstens einen Lohn. Wisst ihr was? Fickt euch! Ich gehe. Intro! Triffst du im Kopf und nicht im Knie, dann abonniere Reelix TV. Meine Macht von Greyskull! Sie wollen wissen, wie Sie in 30 Sekunden eine Wohnung besichtigen können? Dann folgen Sie mir. Let's go! Flur, Bad, Schrank, Wildzimmer. Folgen Sie mir. Fernseher, Silfer, Computer, Küche, Bett. Das Badestandard? Klar. Dusche, Waschmaschine, Waschbecken, Spiegel, Klöfen, Klötsuch, Vormittag. Neh mir. Wunderbar, hier ist ein Miefvertrag und den nehme ich auch mit. Tschüss. Hey, 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 hey. Film. Kacken. Kochen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.